Ja, mein Name ist Jörg Linnig. Ich komme vom Intruderbüro Eukon aus Krefeld und wir erstellen Energie- und Umweltkonzepte. Er genießt und nutzt die Sonne, wenn es nur irgendwie geht, entweder im eigenen Garten zum Relaxen oder beruflich, um Ihre Energie nutzbar zu machen. Weil er keine Lust auf seine Lesebrille hat, entdeckte er schon vor geraumer Zeit Hörbücher für sich. Seit seinem Studium vom Energie- und Umweltmanagement ist er der Idee der regenerativen Energie voll und ganz verfallen. Ein respektvoller Umgang miteinander und die Möglichkeit, sich selbst zu verwirklichen, hält er für das größte Gut. Als er damals sein Haus in Krefeld kaufte und nach allen damaligen Mitteln energetisch sanierte, wurde er von Nachbarn und Bekannten belächelt. Der Hobby-Gitarrist fotografiert auch gern und interessiert sich für andere Menschen und Kulturen, um seinen Horizont zu erweitern. Sein Ingenieurbüro Eukon befasst sich aber nicht nur mit Solartechnik, sondern auch ganzheitlich mit Bauvorhaben. Und er wird uns erklären, warum man Ingenieure und nicht nur Betriebswirte braucht. Begrüßt mit uns den Versorgungsingenieur Jörg Linnig. 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 Linnig.